Hey Nachbarn, Willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Es ist jetzt schon gut zwei Wochen her, dass ich da aufgehört habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie man das steuert. Ich weiß nur, links ist springen und ducken, glaube ich, abrollen. Oh, wo bin ich? Was muss ich tun? Ach, ich erinnere mich. Ich wollte ja auf dem Auto springen. Egal, Laufmädchen, hoch da, ab. Und über die Rampe und Beine anziehen und, ach, ja, roll ich doch ab. Wie soll ich denn Beine anziehen und mich gleichzeitig abrollen? Das ist doch unmöglich. Moment, da kann ich nicht lang, dann gehen wir hier lang. Oh, roll ich ab. Dass die das überhaupt überlebt. Viel zu krass. Okay, 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 hoch. Und, oh, da. Oh, scheiße, das wird doch wieder nix, das wird gar nix, die Folge, ey. Wenn ich jetzt schon so verkacke. So, und ob es immer. Und links und rechts und, äh, hoch da? Nee, ist zu hoch. Kann ich denn hier lang? Wie wandert nochmal auf? Oh, nein, 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 Zeitlupe, ich will doch keine Zeitlupe. Ach ja, das war greifen. Das ist, wo ich hin muss. Das ist umdrehen. Ah, ja, genau. Ich kann ja hier so, hui, und, oh, geil. Geil. Sinnlos, aber geil. Komm, und. Ach, vielleicht kann ich, wenn ich hier hochrenne. Huah. Oh, das war nix. Ach, scheiße, Mann. Okay, okay, wo kann ich denn? Komm, ich probiere das nochmal. Und. Huah, umdrehen und. Oh. Und. Oh, umdrehen und. Ja, es klappt, es klappt. Oh, ich bin so ein Pro. Mr. Tronic. Da wurde die Kiste einfach rot. Okay, 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 wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Huch, warte, jetzt. Ach, jetzt ist meine, meine, äh, Hochgeschwindigkeitspower wieder aufgeladen. Da. Und, und jetzt? Scheiße. Voll fail hier, ey. Und rüber da. Boah, halt dich fest. Meine Güte. Und hoch da. Okay. Ähm. Oh, Mann. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Entschuldigung. Ah, hier kann ich. Und. Oh. Ja, Bein gebrochen. Läuft. Hopp. Ja, abgerollt. Geil, so muss halt sein. Laufmädchen. Oh. Und, äh, Springmädchen. Und jetzt? Oh, Bein anziehen und abrollen. Geil. Oh, ich bin so ein Pro, Leute. Huch, überdroht. Okay, 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 okay. Äh. Huah, und. Äh. Nein. Ach, shit. Hoch. Okay, wo bin ich jetzt nochmal hier? Äh? Hallo. Ja. Okay, nochmal. Nein. Ich könnte es auch einfach in der Mitte hier versuchen. Das ist vielleicht... Und, und, und. Hoch da. Und umdrehen und springen. Ja. Scheiße. Aber das war der Weg. Das war der Weg. Und, hopp. Umdrehen und, ja, jetzt bleib dran und springen nicht ein bisschen und schwingen und schwingen und springen. Ja. Ja. Oh. Scheiße, Mann. Oh. Der hat mich fast das Blöhr reingelegt. Hallo. Hoch. Hoch da. Oh. Ja. Mit der Popo-Rutsche. Ja, mach das kaputt hier. Komm. Und. Boah. Hat nisch gebracht. Okay. Okay. Da geht's nicht lang. Ich muss da irgendwie hoch. Uh. Ah, das ist eine Tür. Tür, 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 Tür. Boah. Bei den altbekannten Wallschirm. Ja. Geil. Oh, warum hast du dich hier nicht abgerollt? Das Abrollen funktioniert einfach nicht. Das ist scheiße. Oh. Na. Geh. Hilfe. Und hier hoch. Komm. Ja. So, machen das die Pros. Und dann geht's protastisch weiter. Und um die Ecke. Hui. Und um die Ecke. Hui. Oh fuck, jetzt bin ich in einem Serverraum hier. Huuu. Kann ich hier. Oh, ist da dunkel. Mensch, da siehst du ja gar nichts, ey. Na, guck mal hier. Huah. Huah. Huch. Ey. Die ganze Zeit war aber das Ding still hier und... Kaum spiel ich. Clearing Delta Force. Wat? Ach. Kaum, kaum fange ich an aufzunehmen, werde ich wieder zugebombt mit Nachrichten. Mensch, 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 Mensch. So, äh, hoch da. Und... Abrollen. Hat nicht geklappt. Scheiße. Ich tu, was du mir sagst, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was ist das denn? Und wir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Lücken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Kopf liefern. Weißt du? Ja, ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang. Klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach, komm, die Rallerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klargegeben. Kein Problem. Jetzt drehe ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Industrie. Okay. Okay. Okay, okay. Sind wir klar? Das sagt doch keiner in das Auge. Ja, du fetter Klops, ey. Ich hingegen bin athletisch und schlank und kann Wände hochrennen. Die Knarze. Gib mir die Knarze. Ja, nimm sie. Nein. Scheiße. Wo muss ich hin? Da hoch. Wat? Hoch da. Hoch da. Und jetzt, wo geht's denn weiter? Wie soll ich denn da hochkommen? Äh, äh, äh. Springen, Kick. Und das war kein Kick. Ja, wie komm ich denn da hoch? Leute. Ich könnte hier die, die Wand entlang. Oha. Nein. Oh, scheiße. Das ist falsch. Dreh dich doch um. Dreh dich um. Ah, hier. Komm. Ja, so. Geil. Und schwingen. Und schwingen. Und springen. Nein. Kacke. Aber grad so, ey. Scheiße. Okay, okay, okay. Und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich hin? Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Hilfe. Nein. Viel zu lang gebraucht. Und jetzt ist er am abzappeln. Scheiße. Okay, jetzt. Wissen wir, wo es lang geht. Mehr oder weniger. Wir müssen hier alles kaputt. Wartet aber nicht. So, hoch da. Nein, in die andere Richtung. Oh, du Böde-Kuh. Oh, das dauert viel zu lang. Das dauert viel zu lang. Warum kann ich denn nicht hier hoch und dann... Dreh dich andersrum. Ja. Wie auch immer das geklappt hat. Es hat geklappt. Okay. Okay. Und sprungig. Oh, scheiße. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Geil. Ich bin kein Freiwild. What? Ich bin doch kein Freiwild. Oh, falsche Richtung. Lauf. Lauf. durch da am ja und dann Schützschützschützschützschützschützschützschütz Okay laufen laufen so viele muss ich nur muss hier nur was leid das leiden habe ich gesagt Mensch, Alter, rein da. Jetzt abhauen, abhauen. Oh, die sind direkt hinter mir, die sind hinter mir, die sind hinter mir, die sind hinter mir. Drückt das Ding, drückt das Ding, kurz da drauf. Wie ging das? Ah, scheiße, scheiße, rein, 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 rein. Was ist das denn? Mach das auf. Das ist aber kloppt, ey. Der ist doch hier. Oh, ich hasse das Kämpfen, Leute. Kämpfen ist scheiße. Da lang. Okay. Huah! Nein! Warum? Shit, 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 da komm ich nicht hoch. Hui! Hoch da, hoch da. Oh man, ist das wieder spannend. Da komm ich doch nicht hin, da komm ich nicht hin, da komm ich nicht hin. Huah! Und jetzt, und jetzt wohin? Da hoch? Wat? Warum denn da hoch? Ach, da ist das, das ist ein Rohr, das ist ein Rohr. Los, am dat Rohr! Scheiße! Hoch, 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 hoch. Ich geh nicht um. Ab! Oh, mach Schneckchen! Ui, und... Jaaa! Ja, hoch da! Mann! Und jetzt, und jetzt, wo will ich jetzt hin? Nein! Ich will nicht kämpfen! Scheiße! Das schaffe ich doch wieder nicht! Oh, das ist, das ist der Punkt weh. Shit! Jaaa! Ich bin so pro! Ja, lauf! Schmeiß das Ding weg! Brauch ich nicht! Los! Oh, das ist ne Scheißidee! Das ist ne richtige Scheißidee! Da ist ein Rohr! Los! An die Rohr! Hop! Und hoch da! Und hop! Oh Leute, ist das spannend! Puh! Hop! Hop! Oh! Halt mich fest! Okay! Und unterdurch! Wiii! Und rein da! Bam! Und wieder grün! Der grüne Raum! Drück das Ding! Drück! Bam! Und kam! Bam! Das ist cool! So, so! Die... Die Läufer sind also von der Farbe Rot angezogen! Boah! Rote... Meine roten schönen Schuhchen hier! Woh! Bam! Whatever! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Das sieht ganz gut aus! Huoh! Scheiße! Guck mal da! Okay! Okay! Äh... Huah! Hop! Na hoch da! Oh! Hoch! Warum geht das denn manchmal nicht? Ich verstehe das nicht, ey! Oh! Fuck! Wer schießt denn auf mich? Ich... Und uiiiiiiii... Oh! Crap! Hier komm ich noch! Hier komm ich noch! Hier komm ich noch! Hop! Woah! Spring! Nein! Scheiße! Hoch! Damit du dir runter kannst! Lauf! Hoffnung, lauf! Äh, falsche Richtung! Äh, hoch! Mach schon! Und rüber da! Oh, oh, oh! Nein, nein! Uiuiui! Boah! Okay, und jetzt... Na, guck da nach da! Und dann hopp! Geht doch! Und über die Steinchen! Ja! Geil! Hoch da! Boah! Ich zerfetzen hier alles! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja! Ja, sag bloß! Wo denn? Scheiße! Äh... Hehehehe, Mann! So, und... Ab! Hopp! Hoch! Uah, da ist er! Äh, das ist falsch hier! Vielleicht wird das zum S hoch! Er ist hoch! Er ist hoch! Hopp! Uah, drich um! Uah! Neiiiin! Uah! 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 Guck nach links! Und spring! Und hoch! Der schreie mit so rum, eh! Uah! 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 Und umdrehen! Und Vollgas! Uah! 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 Ich überlebte aber auch einiges so, ey! Ui! Uah! Jaaa! Gib mir das! Bamm! Weg damit! Es bindet mich nur! Ich bin viel besser... Uah! Ich bin viel besser ohne! Spring! Uah! Boah, das hat wieder knapp! Zurückgepfiffen! Aber nicht für lange feuchtig! Wo muss ich hin? Wo muss ich denn hin? Hier war ich doch schon mal! Ja! Hoch! Hoch! Was machst du denn, Mädchen? Hoch! Ob du da nicht hoch kannst, ey! Willst du mich verfallen? Oh, shit! Uah! Hop! Babababababababababababab! Fuck! Nein! Das muss ich hier... Ach! Komm, hoch! Ach, Mann! Und umgedreht und drüber gesprungen und den geilen Warrun versaut! Oh, Mann! Achso, hier, hoch! Und da hoch! Halt dich doch fest, Mensch! Oh! Umgedreht! Drüber gejumped! Jetzt kommt wieder der Typie hier! Bam! Und ins Passé! Baff! Und weg mit dem Scheißding! Brauchen wir nicht! Woah! W-w-w-w-machst du?! Lass los, Mädchen! Lass...wo bist du? Wo bin ich? Woah! Scheiße! Mega Jump! Woah! So ne Scheiße. Okay, Leute. Hopp ich's schaffe. Erwart ihr im nächsten Bad. Bis dahin. Macht's gut, Nachbarn. Ciao.